So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind alarmiert. So, gut. Ähm, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Scheiße, meine Nervenmann. Ja, äh, Let's Play Ghost of the Coon Wildlands. Ähm, wir sind gerade gestartet und wurden entdeckt und gleich gejagt. Also, ich habe eigentlich nichts gemacht. Und, äh, mir ist aufgefallen, dass ich letzte Folge schon wieder nur auf, ähm, 720p aufgenommen habe. Tut mir leid. Ähm, jetzt nehmen wir, nehmen, bla bla, Entschuldigung. Nehmen wir wieder normal auf, äh, 1080p auf und das sollte alles sehr gut werden. So, äh, erreichen Sie Caveira. Ähm, jetzt haben wir halt deine... nicht mehr unsere, ähm, Twitch, oder? Ja, die Twitch ist jetzt weg. Fuck. Ah, die steht da schon. Äh, die Frage ist, ob die draußen auch was gemacht hat? Das war's für dich, Seren, 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 das ist unser Mädchen aus. Deinen Kumpel zu brechen, war nicht so schwer. Aber ich hatte meinen Spaß. Wer zum Teufel seid ihr? Wir sind die Ghosts und sollen dich hier rausholen. Boah, ich gehe nirgendwo hin. Diese Kornos haben meinen Bruder. Du kannst nicht allein gegen die Sicarios kämpfen. Ach, äh, schön. Dann ist es wohl eine Party. Ja, darf ich wieder? Danke. Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Aber so war das nicht gemeint. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Es ist kein Ausgehen, wenn es nicht gefährlich werden kann. Ich suche mir einen Platz zum Auskundschaften und melde mich, sobald ich mehr weiß. Ein Scharfschützer. Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Die da draußen können wir ja draußen lassen. Ab nach 1, macht 5. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Es sieht auf jeden Fall hier nach einem Gefecht aus. Lass mich das auch gerade so. Ich muss noch Fliege trainieren. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ziel gesichtet. Mal schauen, ob sie das Fenster findet. Genau, also sieht nach einem Gefecht aus, was etwas länger dauern könnte. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Genau, der andere. Das macht 20. Egal, ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Das machen sie ein Ziel mit maschinenpistolen. Da markiere ich sie trotzdem nochmal. So, dann gehen wir wieder zu meinem alten Platz. und schalten erst mal die scharfschütze aus und jetzt wissen wir ja bescheid also jetzt wissen wir ja dass wir erst wirklich alle tippen müssen so Oh... Ich wollte nur, dass er sich umdreht und dass ich ihn ents... Wir haben sie aufgescheucht. Aber inwiefern? Warum? Wieso? Weshalb? Wer? Wo? Was? Hä? Ah, na gut. Feuer! Klaro! Schade. Ja, ich... ich kann nicht durch... durch Blätter schicken. Sie sind reif zum Schlitten. Sie sind reif zum Schlitten? Ah, das war jetzt... Das war jetzt viel zu viel. Oh Gott! Junge! Kannst du den bitte töten? Danke! Junge! Du bist wieder zu tun wei. Wo ist der Fall? Oh nein! Mieter im Einzelnen, der Fall ist fertig. Guck! Schmuck! Ich stehe! Nein, ich muss nachschlafen, aber das ist ja doof. Was war das denn? Wir kommen genau auf uns zu. Ideen, Boss? Woher gehen die denn? Die gehen nicht auf uns zu. Die gehen zu der anderen Seite. Hmm. Aber das ist ja nicht schlimm, weil die kann ja nicht sterben. Warte mal, ich will mal zugehen. Wow. Das sind meine Gentlemen. Die wollen die nicht erschießen, weil sie ist ja eine Lady. Wobei ich bin ja auch eine Lady, also ich spiele eine Lady. Und die macht die ganze Zeit auf, krass. Was für ein Magazin hat die denn? Und die schießt ziemlich bescheuert. Entschuldigung. Oh, das ist wirklich so. Gut. Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, es ist am besten. Oh Gott. So. Also heimlich das alles, ich glaube das geht nicht. Auch. Nein nicht. Wie ist das denn? Ich kann mir drangeben, wie Zeit wo Джonde ausgerufen habe. Haha, Mann. Geht in Deckung! Wo seid ihr denn? Ja! Junge, was machst du denn? Ah, Mädel. Ja und jetzt bleibt sie einfach da. So, ich bin auf dem Weg. Die ist echt nutzlos, die Tante. Ah, danke. Bei mir sammeln. Alles klar. Ja, die haben sich festgepackt, oder? Das Problem ist natürlich jetzt, wenn ich nochmal sterbe, bin ich tot. Ja, wie ist denn der im Gebäude? Ja, wie ist denn der im Gebäude? Dann fang mal an zu schießen. Ah! Wo war der denn jetzt? Oh Gott. Warte, ich sehe gerade, also ist gerade ganz gut, dass wir gestorben sind. Ich sehe gerade, dass ich nur noch 8 Minuten Aufnahmeding habe. Gut. Äh, dann mache ich kurz mal wieder ein bisschen Speicher frei. Der will mich doch jetzt verarschen, oder? Letztes Mal sind wir hier gestartet. Warum jetzt da? Ah. Gut. Äh, ich mache kurz einen Cut. Hol mir den Helikopter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Ah, gut. Also. Neue Party. Und. Hey, da sind Feinde. Ach so. Ähm. Genau. Neue Party und äh, Neue. Gut. Alles klar bei uns. Neuen Speicher freigeschaltet. Alles gut. Aufpassen. Wir haben Gesellschaft. Ja. Ich bin hier schon zweimal gestorben. Ja. Weil ihr Deppen nicht mitkommt. Ja. Hey. Wir haben eine Narko. Beim Gebäude. So. Dann nochmal alles aufdecken. Ein Schafschützer. Noch ein Dritter. Schafschützen. Schafschützen. Ja. Auf dem Dach. Das macht fünf. Ich hab ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich hab ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ja. Abgehen. Also hier drinnen ist es halt richtig, richtig scheiße. Ja. Da ist sie gerade reingegangen. Ein Geflutschi. Aber was braucht sie eigentlich? Nützt sie uns was? Oder schießt sie auch? Also gerade, also vorhin, ähm, hat sie uns schon sehr genützt. Weil sie, äh, weil alle zu ihr gegangen sind. Und sie kann ja nicht sterben. Beziehungsweise die, äh, die Leute schießen ja nicht auf sie. Wo ist die Vierer Patrouille? Das ist gerade ein bisschen komisch. Ah, da. Gut. Dann zuerst den höchsten. Sehe ich nicht. Dann, ähm, Mr. Nr. Nr. Und Lue. Und in dich sehe ich nicht. Ein bisschen blöd. Dann, ähm, erst mal nachladen. Hm. Da bewegt sich gerade auch nicht. Oh. Uh. Okay, ähm, die lädt ein bisschen krass, äh, nach. Ah, okay. Ja. Das, das war zu close, also. Also, da kann man das schon verstehen, dass... Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schade. Und der... Ach. Hm. Das war eigentlich die Schulter, aber wenn er dadurch stirbt, ist es ja auch gut. Rein theoretisch könnte ich da durchschießen, aber ich wette, da ist ne Einfachwand. Geh in Position. Ich brauch ne bessere Position. Ist klar. Geh in Position. Ich hab das Ziel. Ziel erfasst. Bereit. Auf deinen Befehl. Ah, verdammt. Ich musste nachladen. Er ist erledigt. Okay. Ich hätte durchschießen können. Gut, äh, 32 Sekunden noch, dann kann ich nochmal den, äh, Simultanschuss machen. Wo seid ihr eigentlich? Ach, ihr seid bei mir. Das ist ja mal nett. Genau, der Sniper ist auch weg. Und jetzt diese... Boy-Troop hier. Geh in Position. Neue Position. Eine gute Schusslinie. Okay. Ziel macht's bereit für den Angreif. Schieße! Der Tango weiß, dass was faul ist. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Ja, und ich weiß, dass ich, äh, der Auslöser war. Mann. Scheiße. Scheiße. Feindverstärkung im Anmarsch. Sie kommen hier lang. Das Blöde ist wirklich, dass man nicht durch das Gebüsch schießen kann. Das, äh... Ja. Das wirkt ein bisschen krass auch. Oh, die hat sehr weit ge... Die ruf sind nah, schuld ja! Ich bin, ob das ein ... Dänk! Ich bin. Die ruf sind ... die ruf sind. Die ruf sind. Die ruf sind, die ruf sind. Ich bin. Die ruf sind alle. Sie gehen. ja und alles wegen den blöden Tobi die Handgranate dahin geworfen da kommen noch mehr von denen scheiße die wollen hier lang tja die gehen jetzt alle da hoch aber da sind wir nicht mehr das sind acht kann man eigentlich nur da rein also da hinten ne da kann man auch da ist eine normale Tür ne 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 maintaining fucking es es das Tango getroffen. Granate fliegt. Erledigt. Können wir da arbeiten? Ne, ok. Die müssen laut werden. Bist du gerade umgefallen? Die müssen laut werden. Die müssen laut werden. Könnt ihr den bitte mal, habt ihr den jetzt schon getötet? Ja. Aber hier? Hier? Oh Gott. Wir hätten hier einfach rein gehen können. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Er hoff. Er ist tot. Er muss hier sein. Wie viele Räume gibt es hier? Ding-Gorso! Schnell weg hier du Burho! Wir wollen dich retten! Wir gehen mal ganz hoch. Scheiße, ich hab keine Granaten mehr. Shit! Umgelegt. Ist ja schön. So, Entschuldigung. Gerade keine Granate mehr. Gerade keine Granate. Granate fliegt! Nehmt das! Tango getötet. Ja, jetzt sind wir mal oben. Oh Gott. Ich dachte gerade du, wer ist das? Oh Gott. Wird wirst nicht. Jetzt die Flasen reißen. Hm... Das war echt gemeingefährlich. Das kam aus dem Gebäude. Der Heusenkampf ist wirklich krass. Schauen wir mal mal durch. Wow. Deckung! Such Deckung! Wie fühlt sich das an, Arschloch? Bei mir sammeln. Roger, in Bewegung. Ich warte jetzt einfach hier, bis die da alles gedreht wird. Ist das eigentlich gut? Oh Mann. Man kann die Tür einfach durchschießen. Oh Gott. Die hat halt gesagt, Ich spreng die... Also... Die Sprechdaten... Boah. Ich dachte jetzt. Naja. Cool. Cool. Was soll ich jetzt hier? Ja, ich hab keine Ahnung. Nein. Den Gosto gesichtet. Ich denke sie... Ich halte sie so lange wie möglich auf. Wir sehen uns am Treffpunkt. Verstanden. Mach sie fertig. Okay, dann gehst du auch eine Caveira am Treffpunkt. Rechts sind halt immer noch super viele Leute. Also da trennen sie wahrscheinlich. Ich mach es alle! Wie lautet der Plan? Bereit? Feuer! 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 Alles klar! Tango beim Gebäude! Hä? Wer kommt? Alle nach Boden! Feuer! Wie kommt die... Vor allem, was mich da ein bisschen stört ist, dass die Caveira, die gerade bei uns ist, die macht gar nichts. Scheiße nochmal! Wie, wie sterben jetzt? Dann raste ich aus. Ziel eliminiert. Danke. Okay. Und schießt du denn? Was ist das denn? Heli! Runter! Runter! Ehh... 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 Helimanflug Militat Vogel aufpassen Kontakt beim Gebäude Wo kommt die her? Ich raus da Vor allem wir hatten die ja jetzt Es fängt von vorne an Dann brauche ich jetzt eine Pause Oh wie Oh Mann Aber meine Leute Darauf kann ich mich auch nicht verlassen, oder? Nee, oder? Nee, du kannst mir Okay Dann würde ich sagen War es das für heute Ich brauche jetzt eine Pause Das ist so dämlich Ähm Und ihr könnt mal Was machen hier? Was ist los? Ah, gut Dann, ja Bis zum nächsten Mal Ich hoffe Es war trotzdem Ein bisschen amüsant Weiß nicht Dass die Dass die dann plötzlich Von irgendwo her kommen Das ist echt komisch Vor allem Die wurden ja auch nicht Auf der Karte angezeigt Also Ähm Also Rechts unten Auf der Minimap Ähm Der Also Warte Ich Äh Schau mal kurz Äh Fortgeschritten Ja Fortgeschritten Passt hier Aber Also Extrem Wenn man das Auf extrem macht Dann Ähm Zieht man die nicht Auf der Minimap Aber ich Ich hab die gerade echt Nicht auf der Minimap Gesehen Oh Gott Naja, okay Alles nochmal von vorne Vielleicht mache ich das Hier auch Offstream Ähm Mal schauen Weil Ja Dreimal dasselbe Ist glaube ich Nicht so interessant Und wir wollen Ja Vorankommen Gut Auf jeden Fall Wie gesagt Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye Bye Muffin